Hallo und da sind wir wieder. Für die, die noch den AT-AT-Mitglied aufbauen wollen, ich muss mal hier erlauben, es läuft so, es reicht mal. Für die Map selber downloaden wollen, wenn es das nicht in die E-Mails verlaufen und dann durch meinen Namen und ich darf es nicht mehr wissen, ach, da geht es rein. Oh, hier könnte man... hier hätte man... Ja, ja. Der AT-AT. Der andere... sehen. Sieht halt jetzt ziemlich zirrklappert aus. Da bin ich mir durchgefallen. Da bin ich mir durchgefallen. Ich bin mir durchgefallen. Ich bin mir durchgefallen. Ah, da oben bin ich mir durchgefallen. Glaub ich. Also... Irgendwo da bin ich halt rausgefallen. Und ich bin dort. Ich bin dort. Ja. Also auch das sollte man in Zukunft nicht mehr sehen. Weißt du was ich... von meinem Reaktiv, das habe ich mir verdient. Und ich bin jetzt... in der Seite... mit dem... 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 Jetzt ist es offen. Jetzt haben wir doch nicht alles gemacht. Ich werde dir erst mit aufgegangen, als der Tintin in die Luft ging. Ich werde dir erst mit aufgegangen, als der Tintin in die Luft ging. Ich bin jetzt wie sie mal das, was sie sich gehört. Hier bin ich gestorben. Ach nee, es geht doch noch weiter. Das sollte ich jetzt nicht gesehen haben. Das habe ich ganz vergessen. Also für alle, die schauen wollen, wo die das ganze sehen wollen. Für die ist hier jetzt mein Upgrade. Ich habe das Wichtigste vergessen, nur weil ich es nicht gesehen habe. So, also hier geht es nicht mehr auf. Drück dann auf die Seite. Weiß was, die Potions? Na für mich gerade. Potions. Ja. Die Schwerd. Ich habe es, ich habe es, ich habe es. Ich habe das Ihr Schwert. Hör jetzt schnell weg hier. Weg hier. So war das jetzt. Siehste, es gibt hier auch ein Geheimversteck. Ein Formszeichen. Dieses Geheimversteck hat irgendwas an. Ich weiß nicht, dass ich mich gerade verwundet habe. Das ist nicht da gewesen. Wenn ich sterbe, ist die Folge vorbei. Glaube ich. Nein, das geht jetzt dahin, wo ich denke, dass es hingeht. Ja, dann gehts. Cool. Es geht an meinen Hassort. Die schwierigste Stelle in dieser Map. Das kann jetzt eine Weile dauern. Nein, ich habe meinen Kopf zerstört. Hallo? Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ich bin already vetroper. Geht mir nichts. Oh nein, nein. Oh nein, nein. Oh nein, nein, nein. Oh nein, nein, nein. Das ist ein Villager-Zombie-Hilfe. Was war das? Was ist die Villager-Zombie-Hilfe? Was ist die Villager-Zombie-Hilfe? Oh mein Gott, da ist sogar ein Baby-Zombie. Ich dachte, die geht noch nicht. Nein, ich habe einen getötet. Nein! Es zerfiebt. Ja. Eigentlich ist das jetzt das Ganze. Das war es jetzt eigentlich. Das war so eine heftige Explosion jetzt. Das ist zerlegt. Schirmklasse. Und das war's. Das war's. Das war's. Das war's. yesieisiä.